The Bane Jumma, ich war ja das für angeblich Hast du dich schon gehört? Ja, liegt sie im Eck, Hendrik Warte, kannst du dich auf Dual-Wielden schießen? Was passiert dann? Was ist ein Sound-Overload? Ja, dann gib mir mal eine Brauchst du zwei dafür? Ja Ja Okay, warte Kann ich aus einer Waffe zwei machen? Wobei ist ein Argument, das vielleicht hätte es ja einen Skill gegeben, wo du deine Waffe einfach irgendwie klonst Ich hab noch cooler Ja 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 Ja